Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mod-Land. Tja, wir haben uns weitergebaut und gemacht und getan. Einiges. Da wir nämlich viele Folgen im Vorrat haben, macht es keinen Sinn, das alles aufzunehmen. Deswegen nur ein bisschen was auf-screen mal wieder gemacht. Ja, was eigentlich alles? Erstmal ist die Musik zu laut bei mir. Weiß nicht wie bei dir das ist, aber nicht zu laut. Bei mir ist es okay. Sorry, was für die auch leider machen, aber egal. Ja. Wir haben, fangen wir mal an. Erstmal haben wir beim Farming-Haufen noch einen Shunklau da rein platziert. Ja, stimmt. Ja, haben wir... Seit Turm gebaut. Warte mal. Haben wir eigentlich das letzte von unserer alten Farming-Session? Äh, nicht Farming-Session. Nein. Aufnahme-Session gezeigt. Haha. Nein, haben wir nicht. Wir haben Farming-Haufen noch weitergebaut. Stimmt. Verzeih mir erst mal das. Ja, so Leute, wir haben so viel Folgen. Es geht nicht. Wir könnt' ich alles aufnehmen. Das ist zum Beispiel. Könntest du bitte dorthin gehen und mich porten? Hm. Weil bis ich da bin, das wird ewig. Hast du jetzt auch dahin oder was? Zum Farming-Haus? Nee, nee. Ich habe ein Farming-Haus. Echt? Bis ich dort bin, das ist ewig. Ich würd' gern... Weil... Oder bleib ich hier? Ah, ich bleib hier, komm. Ich wollt' grad tippen. Ich würde mich schon nächstes Jahr... Na, jetzt nicht mehr. Dann laufen wir unseren Weg entlang. Hier wird schön F1. So. Hm. Wir haben was gebaut, wie ihr seht. Wir haben so schön Steinfackeln, so größere mit Zaun und Butter. Das sind Kappen, das ist so ein und Kappen, das Fackeln. Wie kann man schön texturieren? Und da ist so eine coole Brücke, worüber man gehen kann. Wo hat er einfach aus? Was? Ich hab noch vor, dass die Schwarz bei mir ist. Okay. Dann ruf' auch aus. Keine Ahnung, warum. Mal gucken. Das war halt der See hier. Die haben wir fertig gebaut, dann komplett. Und nicht ganz cool, muss ich sagen. Da geht's hier weiter hoch. Mhm. Ja. 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 Oder mir hat es schon alles beleuchtet und Nico hat dann da drüben noch sein Schokern angebaut und... Und Kantine. Hinten noch und Melonen auch. Wofür passiert er? Ne, hat nicht die Melonen gefangen hat mir glaube ich schon. Ach, keine Ahnung. Hat er auch gebaut. Und so. Und danach war mir egal. Hm. Und so sind wir dann die abgehauen, weil er es durchgebaut hat. Wir haben Chunklaude. Kann auch nochmal zeigen. Ding dong. Tiss. Ähm. Wo ist nach unten? War er dann noch irgendwas gewesen? Und glaube ich. Ne, nicht wirklich. Dann geht's nochmal hier hoch und dann ist Chunklaude ins Schlafzimmer platziert, weil es dann ganz gut gepasst hat. Ja. Wurde ich wieder zurück. Okay. Jetzt haben wir es nicht so vorbrückt, schon angefangen, ohne euch was davon zu erzählen. Das ist gut. Ich wollte gerade sagen, die Leute wissen ja gar nicht was das sein soll. Weil es sein wird. Also wir wollen halt, bei unserem schönen Turm, ne den Nico da gebaut hat, äh etwas hinbauen. Eine äh Monsterfalle. Ja. Richtig. Das heißt, die Monster werden spawnen und dann roter fallen und... Schrappieren. Dann. Oder nicht rapieren, nur gucken. Und das war halt so eine coole Burg irgendwie reinbauen. Oh schon. Das ist ganz cool aussieht. Und das Ganze mit einem Mod. Also wir können der eigene Spanner bauen und wenn wir das komplett aufwerten, wenn wir es schaffen, dann sind das pro zwei Sekunden sechs Mops. Das eine Menge ist. Oh ja. Hm. Mal gucken. Okay. Ich komme einfach zu dir rüber. Das schauen wir uns das mal an. Ja. Das Ding ist ja. Dann haben wir noch die vier weiteren Sohn abhälten. Ich habe doch gesetzt, aber 50 jetzt. Und weitere drei Sekunden Arbeit von den Besseren, von mehr Energie. Oh ja. Ja. Da haben wir hier drüben zwischen den Bergen Erde aufgefüllt. Na, hab ich vergessen. Dann war es ja nicht so hoch gewesen, war viel tiefer und haben wir über die Erde hingeklatscht. Und hier haben wir, was war das? Was war das? 46 Erde, ungefähr fast gebraucht. Ja. Dann kann man es hier nochmal weiter runter gehen. Was vorher auch nicht ging. Haben auch alles hier gebaut und dann geht es irgendwann irgendwann hier mal raus. Ah, ich ziehe das hier runter. Hier. Na, mit Clay Wohlen. Wir haben noch Clay Wohlen. Wir haben eine Welt, wo Schnee war und die Wehen mit Clay und so. Und die Schnee-Clay-Welt. Da muss ich übrigens noch die Decke machen. Wo wir so eine Burg hochzaubern, irgendwie hier richtig cool fett hin. Oder dann ein Monster verloren. Die Decke hat mir Öl und ich würde das, was wir die machen, oder? Haben wir nicht. Okay. Lass mal so. Naturell. Mit Kombi-Slauen Erde und Stone. Kombi-Slau Erde Stone. Also die Idee von Nico, die beste, fand ich immer noch. Was mir schon voll cool aussieht, die Quevel-Decke. Die gravierende. Ey, wirklich, das ist mir schon cool, aber das geht nicht. Das ist ja cool. Und das haben wir tatsächlich hier auch Möhren, die mir so aufgefallen ist. Wir hatten eine Möhre gehabt. Ja. Ich hab keine Ahnung woher. Ja, die hat eine Ecke. Wahrscheinlich durch irgendeine Zombie. Ja. Dann haben wir das hier entfernt. Die Getreide-Farm, da drüben den Shuggler-Kennheft entfernt. Die Melonen auch die letzte mal waren. Vielleicht sieht man da noch irgendwelche Reste. Mal gucken. Und Nico war noch beim Clay-Farm in der Höhle und hat ganz viele Redstone und Resorven rausgeholt. Oh ja. Richtig viel. War extrem lange da gewesen. Und ja. Ich hätt' ne Idee, was wir haben. Was wir da nutzen könnten. Was denn? Diese Stormbricks. Das ist halt ein bisschen blöd, weil wir die hier als Mauer nutzen. Ich find' das sieht ganz cool aus. Dann mach' mal das schon. Wenn das cool aus wie du merkst. Was liebst du denn? Ich? Ich hab' nicht die Spiele weiterbauen. Was? Ich hab' nicht die Spiele weiterbauen. Komm' vielleicht. Ich will noch mal kurz unsere WLAN-Dinger hier weiter ausbauen. WLAN-Funktion. Jetzt hast du mal hier weiterbauen. Ja, komm' gleich. Ich hab' auch noch weiterbauen. Worte mit dir oben. Ein Kabel angezogen. Könnt' ich noch mal zeigen. Warte. 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 War richtig cool Wagenlschaft mit Kabel mit Kabel? Das ist voll geil aus. Und Kabel angezogen? Ja, ganz schön. Na, hier und. Nach hier. Da rüber. Dahinter. Das weitere Wäne Ding. Das sollte ich doch aufzuschaffen. Schacht von das hier vor anche auch was haben. Das liegt aber bei der Bahn. Oder so oder irgendwann macht es. Eigentlich zwar total unnötig. Weil wir benutzen das Ding so viel zu nie. aber vielleicht ist das vermehrt weil wir dann nicht mehr bis zum system laufen müssen sondern nur kurz abliegen und direkt was dran gewöhnen denke ich ist das ganz sinnvoll das war erst zu dir wo man es mal hier weiter und nicht willst mit halb zu klassen geworfen das braucht nicht kommt weg 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 das behalte erst mal das bauch später ein voll jetzt hier überall gefolgt auch ganz gut aufgeladen lustiger ist hier unten geht nicht hier ist noch nicht aber wir reingehen jetzt ja auch noch und dann nicht mehr okay ich wollte ja okay dass die mutler hat erklärt und zeigt haben zu wissen war war noch gefahren glaube ich mal auch ich nicht nur noch das ist die frage ja die decke ist okay dann würde ich sagen ziemlich gut hier weiter einfach gesagt bis wohin eigentlich muss noch weiter sein weil die eigentlich gar nicht so schlecht aus ja so ungefähr bis zum baum diesen mittel stamm als ende nutzen oder so schuldige kann abholfen weil ich dachte du gesagt es müssen wir weg machen wir müssen wirklich machen dann mag ich das schon ja machen wir hier jetzt noch weg in zwei sekunden oder weg ja kann ich platzieren jetzt statt zum weg ja genau na gut dann wollen wir mal ein bisschen ja die frage ist jetzt ja hast du steine für mich ich hab dir mal alles weil ich hab eben hier noch was eine sagen wir noch vergessen und zwar wir hatten dein gebraten gehabt der das system denke noch zum teil hat sie gegeben er zum teil gegeben den elektron fans diesen noch um erledigt fenstern da ist nichts mehr und da habe ich auch nichts mehr mehr habe ich nicht ich habe jetzt für mich selbst auch was geschafft aber sie wird jetzt so hoch oder nicht ja so würde ich sagen ganz mal das würde ich sagen gerade vielleicht auch schon irgendwie noch irgendwas also weil es nur gerade scheiß wandfläche haben das scheiße aus und irgendwie noch so später so gucklöcher machen und lassen so immer so Vorsprünge irgendwie wo so ein tumm drin ist oder so keine ahnung weiß ich aber einfach nur gerade scheiß pült man sieht kacke aus jetzt irgendwie platzieren landen offen ok machen wir dann auch erstmal bauen ja so da so müsste mal zu viel so Das kann nicht wahr sein, ach nö, verbaut. Nicht verbaut, bleibt so. Boah, das wird ewig dauern. Was? Wir kommen da auf. Wir sind eigentlich schon gleich wieder Steinbraten. Stimmt, eigentlich schon. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Und landlang nicht. Alles hast du mir gegeben. Alles schon weg. Alles schon verbaut. Okay, ich werde das gleich geben und dann weiter. Wir sind auch sehr okay. Sorry. Ich mache mal etwas. Und dann... Ja, doch. Mach weiter zu. Dann fliege ich schon mal zurück. Jo. Was lustig ist, theoretisch könnte ich so ein Wähler-Ding nach hier zum Buch bauen, weißt du, ja. Und dann den bisschen Auftrag erteilen, dass man quasi einfach nur auf den Stein draufklicken, der dann automatisch brennt. Wie man das einfach ausnehmen kann. Das geht ja. Das hat aus. Ja. Das hat aus. Das soll ihr gehen. Eigentlich ja. Aber ja. Hm. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Wir haben hier eh eine Wähler-Verbindung, oder? Weil es mal direkt neben unsere Hauptbereich, warum sollten wir keine haben? Nee, die haben wir eigentlich ganz praktisch. Guck mal, aber wahrscheinlich noch ein paar mehr so lange findest. Nur was du machen. Das ist dumme Gefühl. Weil die Kabelkasse hat halt auch Strom auf Dauer. Wenn wir viel bauen. Vor allem so eine lange Strecke dann. Das sind ja passt. 6. Verleitung. Oh ja. Von daher. Ey, diese Schuli. Halt nicht viel aus. Kannst du mal Checkpack aufladen, wenn du noch da bist? Ja, kann ich machen. Ist in der Pause. Was? Da noch? Nö. Nö. Okay. Also, Checkpack. Ich immer runterhüpfe, weißt du? Und einfach keinen Fallschaden bekommen, das ist so geil. Ich hab keinen Stein mehr, was? Ich bin Out of Stone, Nico. Ich kümmere mich jetzt um diese Verbindung zu machen. zu bauen davon nein guck mal das mal raus hier hat es geschieht so viele system waren 200 stück oder so das wird alles reingeschmissen ja gut dann halt nicht der bauter ach so ist die stadt hoch ist das weg hat er sich nicht weg hat und das geht hat das aufzuladen. Weißt du das? Okay, noch. Oh Gott, okay, ich muss noch vier Map rein. Was ist das? Eben. Naja, was? Ah, wird schon reichen. So. Okay. Okay. Oh, muss ich jetzt machen? Alles. Was? Ja, das war halt grad. Vom Mythic-Bot, weil das war grad grad aufgelistet. Wäre nicht das Problem. Hm. Erst davor, weißt du so? Erst davor die Folge noch die Farbe gebaut, dann nächste Folge steht dann auf eine komplette Burg. Vor allem aufgenommen. Ja. Das wäre heftig. Oh, warte, ich muss das verkraften. Ach, ich... eigentlich müsste das dann reichen. Ich mach das mal so. Ich hab vielleicht schon wenig, Nicole. Nur 13,5. What? Ich hab noch, okay, fünf, sechs, genau. Also was hast du mir, glaub ich, acht, neun Stücke gegeben? Genau. Oh, Gott. Wie war das noch bei Andy entfettigst? Nur 14,5. Ah, ich hab noch einiges gebaut. Okay, ich muss immer kurz den Heroin. Komm schon mal keine Kobbelzonen mehr oder was? Ne, ne, das reicht schon, Nicole. Weißt schon, das ist schon mal. Weißt schon, ich versteh, es ist nicht immer die Leitung, die wir hierher bauen. Ich baue kein Bock drauf. ich bin schon allein mit dem baum Aua, was? Ach, ich bin ein scheiß Gifflanzer reingelaufen. So, dann noch mehr Steinkraften. Haben echt umsonst, glaube ich, fast umsonst diese Adhofen da aufgefüllt. Ja, hab ich auch gemerkt. Das hat gar nichts gebracht. Ich wollte ihn sowieso wieder abfarmen. Ja, egal. Wir brauchen ein bisschen Übung da drin. Ausreden. So, also... Oh, nimm's mal bitte aus dem blauen Portschlein raus. Was denn? Wenn du wirklich die Leitung jetzt machen, dann brauchst du's nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich hab ein bisschen was geschafft. Ja, ich hab ein bisschen was gebaut in der Zeit, wo du das gemacht hast. Ich hab noch nie fertig, aber ich hab was gebaut. Ich hab noch nie fertig, aber ich hab was gebaut. Ist ja auch später geil aus, wie es sieht. Weil Adhoi sieht einfach so scheiße aus. Weil er gerade fläschert, weißt du? Ja. Obwohl es geht, er zieht es so nicht so hoch aufwendig. Aber trotzdem muss es schöner ran. Definitiv. Wir sind nur das Gerüst quasi auf hier bauen. Ich hab das... Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Ich hab mal die Energie ein bisschen... Mh... Ja. Ja. Ja, für alle die ein paar Probleme, aber haben wir schon. So. Sehr gut, dann komm ich jetzt auch mal wieder. Ich hab jetzt sehr viel gemacht, also ich hab auch immer... ganz schön. Zwischen 20 und 30 Sticks Cobblestone gebrannt. Alter. 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 Alter denn mal schon, wie wie wir die schöner machen. Ja, von Augen beziehen und wir dann einfach... Das ist einfach nicht das Gerüst davon ist, und dann vielleicht noch dran bauen oder so. Man könnte das Karten dran bauen. Huch? Äh, so geht's ja. Ja, klaren Fenster auch geht's. Vielleicht so ein kleines Löffel noch nur Ausbeulung hat. Hallo, guck mal. Mauer. Warum alt? Wow. Wow. Ja, du baust. Krass. Und war's angewender. Ist nicht so schlecht oder ein Lust. so viel gegeben hat doch was ist denn das erste war genau 145 folgen was nicht passiert und die kleine haus da drüben gebaut jetzt in von 10 20 folgen rücke tour farming hausburg geklatscht deswegen veräußerlich nicht gesehen von der technik halt noch mal weiter da brauche ich mal hier eine verbindung von wlan wir müssen noch überlegen wo dann die andere mauer hinkommt vor der abhaust er wird das doch wenigstens überlegen das ding abrunden weil die scheiße aus ich kann sie ja wobei wir dann wir könnten die ecken von fettentum bauen ja gut oder wir machen so was wenn doppelt nicht einzelne sondern zwei bis dreifach dinger was du klar und dann halt diese fenster gitter fenster ich habe mal so die mauerung auch nicht so dick aber zumindest von oben so aussieht muss es auf jeweils dreifach breit sein weißt du drinnen oben oben so sein und soll das dann holraum wo wir dann uns räume reinbohren von oben so aussieht ich meine okay also nicht so eine dünne wand abgerundet machen ja klar also wo fliegt dann ist doch ein riesen gerade singen wenn du nicht in der technik ist scheiße aus ich meine das ding abgerundet aber das ding oder man könnte hier die reihe weg machen nee nee das sieht dann aber komisch aus was von innen oder willst du dann noch mal eine wand hochziehen innen ja klar also das ist auch noch nicht die wand in der andere wände also drei dicke wo wir in der mitte freilassen ja hier noch mal eine wand obwohl hier ich will es einfach so lassen erst mal scheiße schwer aber ich will es innen bauen erst können einfach räume reinbauen das holen lassen und ausleuchten aber allerdings müssen wir in der mitte reinbauen das heißt da oben die spawner sind nach unten hin frei ich habe keine ahnung wie wir das bauen wollen ehrlich gesagt da wird immer fragt ich bin vergiftet ja 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 dann lass es einfach drei breit bauen wird das ja und stabil instabil aussieht ja keine ahnung da wird immer fragt eigentlich würde ich sagen dann machen wir auch eine dann machen wir das hoch ich jetzt sagen dann würde ich sagen machen wir dass wir in in den holraum lassen und dann einfach weiter ziehen die andere ja keine ahnung ich bin gerade hart überfragt von dem ding hier das ist fertig ist das mit dem eingang überhaupt da rein können wir dann klein machen wir hätten die mobs auffallen rein zum an mehreren wir haben ja wahrscheinlich verschiedene die frage ich passen haben nicht mehr als vier rein vier verschiedene arten der größer als was können wir einen noch mehr stecken ein großer ja weiß ich muss jetzt auf dem monster geht zu testen weiß ich nicht nicht mehr oder weiter weg also auf jeden fall entweder enderman oder nightcrawler schwierig aber nicht über nightcrawler und creeper dann für landcrawler oder aber falls ein trolle nicht geht ohne enderman ja klar dann skelett würde ich sagen gegen pfeilen und bogen ja knochen der rest unnütz eigentlich soweit vielleicht creeper noch aber schau aber creeper und spinnen aber jetzt nicht so ein muss creeper creeper vielleicht mal ja haben wir schon machen wir innen einen fackeln rein oder was ja würde ich sagen mach ich das gerade mal random einfach irgendwie platzieren oder schön sondern da wollte ich eigentlich unseren müssen oder wenn du unten eigentlich terug und dann geht es einfach nicht mehr nein dein ernst tja tschüss freut dich zu ja da brauche ich erstmal die weder verbindung hierher aber ein jpeg scheiße weil ich mein berg und weil das schiff fliegen will von dem musik von etwa kann immer auf das muss so dass so ist die musik also ja genau das ist so, das ist äh, sorry wie habe ich nicht mehr, okay, ähm, brauchst du noch drei steine oder was? ähm, du musst mal bitte stein braten mein what? pouch okay, mach grad hier noch ein bisschen aber, aber in eine schale gespitten, weil ich dachte, dass du es nicht mehr machen soll hm, okay okay, das reicht nicht für erstmal, ähm, ups, ich zähl mal gerade ach, noch mehr, boah, zehn stück habe ich schon mit der tage ab, die kann ich mal reingepasst 18 und 6 haben wir jetzt äh, du hast noch mehr gebraten, hier haben wir noch irgendwie, normalen ja hmm ich hab einiges gebraten gehabt ne, e, electronic furcus 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 furnis ist auch drin nein GG Jezi warte, das£idium ist vielleicht egal cool schauen, was noch passiert jetzt brauchen wir noch 2 oder 1, ich hab 2, oder? Ja, zwei. Ach ja. Vorerst. Warte, ich brauche noch mehr, weil ich jetzt die ganzen Kabel ziehe. Ist nicht gut. Okay, mache ich das mal. Jetzt werde ich erstmal eine Verbindung runter haben. Was heißt? Hä? Was? Hey. Theoretisch... Hier. AS2 fährt am besten hier runter irgendwie. So, ich muss mal gucken, wo das Kabel ist auf der anderen Seite. Keine Ahnung. Ja. Hm. Okay. Ja. Oh, das war da. Das war egal. Ähm. Ja, dann hätte ich die Warte nach hinten. Ja. Hm. 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 Da. Ja. Ich bin jetzt nicht da aufgeschrieben. Das ist. Da kann ich die Ecke runter. Geil. Oh! Ach schon, da ist die Restnantechnik davon. Scheiße. Hat nicht so gut geklappt. Also ich bin jetzt bei dem Ding, was, ich weiß nicht, diese, wo es dann weiter nach innen geht. Ja. Gerade mal mit dem Bauen. Super. Mhm. Klasse. Oh, muss hier ein Quäppel vollkommen sein. Mann. Hm. Okay, dann der ist hier runter. Oh, der ist weg. Was ist denn hier so? Klar, genau wie hier ist das Ding. Ist klar. Oh, ist hier runter. Oh, ist kaputt hier. Scheiße. Heftig ist ja, dass wir noch eine zweite Wand brauchen. Hm. Die hier brauchst du schon ewig. Vollkommen recht. Ich meine, es sieht nicht unbedingt, aber es sieht auch noch besser aus, glaube ich. In der Dicke? Ja. 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 Aber ich würde auch nicht diese Abstufung machen. Einfach gerade runter, dass innen eigentlich eine gerade Wand ist. Das ist echt später problematisch mit den Mobs. Du wirst mich verarschen. Ach, der ist schon so viel geworden. Der ganze Talent dafür, etwas ziemlich spät zu sagen. Ja, das ist doch wohl klar. Das ist von außen, von innen soll es doch nicht so sein. Ach, Mann. Ich habe es einfach nachgebaut. Oh, Entschuldigung. Ich hätte es früher da gebaut, ne? Nein, überhaupt nicht. Hast du dich schon fertig gebaut oder was? Also, ich bin fast fertig mit der Innenmauer. Ich schlopfe noch nach mir da sein über die Tür. Ich würde gerade sein. Nein, ich wollte es nicht anders. Wir bauen noch eine vierte Wand. Das ist so. Du kannst dir einfach zubauen. Du kannst dir so lassen und einfach mal was drüber bauen. Warum sagst du alles immer vier zu spät? Keine Ahnung. Was? Mich hat voll genau eingefallen. Und dann dachte ich so, ne, ok, weiß nicht. Und Nico weiß das ja bestimmt. Und dann dachte ich mir so, sag ich es doch nochmal. Ich habe einfach gerade spontan eingefallen. So, auch Nico. Ist das hier so. Vielleicht daran überhaupt nicht gedacht, dass man das dann gerade eigentlich machen sollte. Das Ding ist, man müsste es dann unten abreißen komplett. Nein, danke. Bauen wir war schon genügend Arbeit. Ach, bauen wir neue Bauen. Nein, danke. Bauen wir einfach drüber. Habe ich auch überlegt. Aber selbst das ist so viel Arbeit. Ja, ja. So, äh, die meine eine Bauen ist fertig. Alter, falsch bauen musst du mal halt echt mehr bauen, ne? Du hast auch schon. Wenn du schon was falsch warst, dann musst du halt mehr bauen. Ganz sicher. Ach, scheiße. Ich habe gerade gebaut. So, ähm. Ich habe gerade gebaut. Gut, hast die eine Maus fertig. Jetzt müssen wir die andere bauen, ich weiß halt nur nicht wohin. Ich weiß leider auch nicht. Oh, man hat ja Hover-Mode aktiviert hier. Hover-Mode. Dann sieht es schöner aus. Joa. Ich glaube, ich mache es gerade im Game-Mode. Ja, du meinst? Oh Gott. Ich muss die Baut-Ansage jetzt. So. Mhm. Dann baue ich einfach drüber, ich baue das nicht neu. Ich wollte gerade die innere Mau abreißen. Der unteren Teil, da dachte ich aber einfach nur, baue es doch neu. Okay. Also, einfach das Ding ran. Okay, mal kurz. Jetzt sind wir einfach schon nach links. Die Höhe ist schon hoch genug. Ja, ey. Ich brauche gerade so lange das Kabel für nichts. Einfach eine Aufzugsstraft runter, weißt du? Das ist, äh. Dreiviertel, ob ich das überhaupt brauche. Mit diesem Ausmaße. Hey, dann kann ich hier auch schon wieder so ein Ding rein zaubern? Weil ich einfach irgendwie hier raus muss. Das ist ein bisschen lang. Wehe, das ist entzüppelig, dieses Gas hier. Ne, gut. Nur noch rauchen. Das ist ein leichtes Problem. Das ist ein leichtes Problem. Hm. Das ist ein leichtes Problem. Wird drunter. Warum ist das denn hier überall? Wird es noch Technik? Waaah, ich schuld hab's da eigentlich hingebracht. Waaah, ich schuld hab's da hinten hingebracht. Waaah, das muss so ein ganz schöner Spacken gewesen sein. Ja, versuche noch. Waaaah, das war das. Waaaah, das war das, genau. Oh, das erinnert mich an die Brandfolge. Oh, auja. Das war cool. Also, naja, wobei. Aber irgendwie, huch, lustig. Daaaat zerscht. Ich bin jetzt hier durch, ne egal, auch wenn ihr wollt, noch Technik ist. Dieses Kabel wird jetzt hier durchgelegt. Ich sag das jetzt, deswegen wird das so gemacht. Patch. Spiel. Mir egal, was du dazu sagst. Hier raus. Probier ich jetzt das da raus. Egal, ich hab auch überlegt, aber es passt vielleicht nicht so, wie ich das mache, aber egal. Ich hab mich zu oben, oder was? Da bin ich scheiße. Bin ich hier. Bin jetzt einfach nach links gebaut und rüber direkt in den Turm rein, unten rein. Fertig. Fertig. Hm. Ich brauch wirklich zwei, drei Stacks Leitungen, ne? Bitte? Das ist krass. Hm? Zwei, drei Stacks Leitungen brauch ich dafür. Oh. Nein. Cool. Hast du's gehört? Nein. Gut. Hat's Bum gemacht? Nein. Nein. Vielleicht. Vielleicht. Es war außerhalb vom Hort. Und draußen. Und ein Problem. Aber trotzdem. Okay. Du fangst das hier. Oh, cool. Cool. Ich brauch's auf keinen Fall ab, ne? Ich muss noch neben den Gang 1 breiter machen, um noch nicht durchzulaufen. Und dann hat's noch was kaputt gemacht. Oh. 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 Zufall ging er unter den Euro-Burbel-Busches. Bei uns. Oh. Oh. Aber es wird nur die Erde zerstört zwischen zwei Reihen. Okay. Ich glaub, wir sind keine kaputt gegangen. Ich bin nicht ganz sicher, aber es sieht doch alles sehr lebendig hier oben aus. Ähm. Ups. Was machst du denn jetzt noch mit mehr Kohle? Also weg. Was machst du denn da jetzt? Boah, dann übrigens gerade das weg, was ich da falsch gebaut habe. Cool. Machst du gut, Niko. Ja. Weißt du, du brauchst ja sowieso noch ein bisschen. Was hältst du davon, wenn du dann diese Beugung noch einfach innen machen? Was machen? Diese Beugung, die du grad wieder, also diese, ähm, was du grad gerade machst, ne? Ja. Lass du einfach einfach innen. Um dich zu ärgern, weißt du? Nein. Ich glaub, besser aus, glaub ich. Es wird jetzt nicht mehr verändert. Ach doch. Hast du schon irgendeine Idee, wie fertig ist? Nach dem Motto, ach nee, stimmt, komm doch nicht. Was mir auffällt ist, wir wollten doch eventuell die, ähm, uh, wie heißt's machen, äh, Zäune. Nicht Zäune, sondern Gitter. Ja. Die können wir jetzt nicht machen, weil bei einer drei Meter sozusagen dicken Mauer, äh, wovon wir der Gitter hin machen. Ja. Ja. Ich glaub, das stört hier auch bei mir, deswegen. Du hast dann kaputt gemacht. Hm. Na ja, hast du vielleicht ein bisschen recht. Minimal. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Ja, doch, klar, aber, äh, hm. Ja. Huch. Ja. Auf jeden Fall das Falsch abreißen, sehr gut. Du bekommst jetzt ein Kabel da runter, ohne mich selbst zu blockieren. Und weil ich einfach gar keine Kabel mehr habe. Entschuldig. Ich muss einmal hier runter. Und da rein. Hm. Ne, da ist ja Boden. Das ist abbauen. Das nicht, ne? Nein, da ist ja Bord. Schade. Hm. Sehr sparsam gebaut. Da. Oder hier runter. Das ist ja hier rüber. Doch so rüber, so runter, dann kann ich hier durchlaufen. Noch. Dann noch ganz da hinten. Mit der anderen Seite aber. Schiss. Mal schauen. Ja, raus hier. Ja, raus hier. Ja. So. Na gut. So, die Innenwand ist weg. Ja. Okay. Ähm. Nico? Ne. Wir haben 40 Minuten erreicht. Wow. Ja. Ups. Okay. Ups. Ja. Ups, das ist ein gutes Wort dafür. Fuck. Ja, gut. Und ja. Dann erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Und dann nächste Folge bauen wir mal diese W-Anleitung weiter. Und guck mal mit der Burg an, wie das da so aussieht, ne? Wie das dann wird. Bin mal gespannt. Donny Go. Ciao. Was? Hat passiert? Ich bin... 30 Blöckungen heruntergefallen. Achso. Okay, und dann... Ciao. 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 Ciao.